Ah, geht schon. Wir sehen, wie wir jodeln. Pettersson steigst dir mal auf die Füße auf, und dann geht's auch. Probiert wir's mal. Ablau für Chene! Sie haben es heute. chị. Sohn. Ja, 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 ja. So, ein Applaus nochmal für Jenny. Hans, nicht vergessen, Musiker eine Runde zu holen. Steige ab von deinem Traktor. Ja, unser Hassel, geben auch den Chef an den Applaus mal hier.